Leute, ich hatte heute ein Date. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Date. Aber nicht so, wie ihr denkt. Ich benutze nämlich seit ein paar Wochen Bumble for Friends, weil ich mir dachte, es wäre schon cool, jetzt so für Herbst, Winter ein paar neue Freunde kennenzulernen, mit denen man was machen kann. Denn im Winter sind meine Depressionen immer stark am Kicken und dieses Jahr wollte ich alles anders machen, damit ich gar nicht erst wieder in so ein Loch falle. Also habe ich mich bei Bumble for Friends angemeldet und ich muss sagen, ich habe schon ein paar coole Leute kennengelernt und es fühlt sich wirklich ein bisschen an wie ein Date. Nur date ich jetzt, um neue Freunde zu finden.